Hey Mama, ich hoffe, du machst dir keine Sorgen, weil du nix von mir gehört hast. Ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt. Gemeinsam mit Mark habe ich die Sterne beobachtet. Habe spannende Techniken aus fremden Kulturen gelernt. Und mich mal so richtig durchknicken lassen. Nächstes Mal, Mama, nehme ich dich mit. Die Entspannung wird dir guttun. Einfach mal alle Sorgen hinter dir lassen. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich an die tolle Zeit denke. Unseren Urlaub habe ich auch schon gebucht.